Herr Kuhn, mit der Unternehmenssteuerreform 3 steht das Schweizer Steuersystem im kommenden Herbst vor massiven Veränderungen. Insbesondere Steuervergünstigungen für ausländische Gesellschaften müssen abgeschafft werden. Welche Gesellschaften sind am stärksten davon betroffen? Betroffen sind ausländisch und schweizerisch beherrschte Unternehmen, und zwar die, die überwiegend ihre Erträge im Ausland erzielen und der Aufwand überwiegend im Ausland anfallen, die aber die ausländischen Erträge tiefer besteuern als die inländischen. Zurzeit werden verschiedene Ersatzmassnahmen diskutiert. Welche davon sind die sinnvollsten, um die negativen Auswirkungen abzufedern? Die wichtigste von all den Massnahmen ist die, die Kantone im Griff haben, nämlich die Absenkung des Regelsteuersatzes. Mit dem wird entschieden, dass die bestehenden Unternehmen, die heute ordentlich besteuert sind, profitieren und die Firmen, die stören im Ausland, dass sie ein bisschen mehr steuern müssen. Und die richtige Balance zu finden, dass kein Unternehmen die Schweiz verlassen, ist ein Zentrum. Neben dem ist die Patentbox, die Bevorteilung der Forschungs- und Entwicklungaufwendungen und neu, ganz wichtig auch wieder, die Abzugsfähigkeit des Zinses auf einem überschüssigen Eigenkapital. Was passiert, wenn es keine abfedernden Massnahmen gibt? Droht der Schweiz dann ein Unternehmensexodus in den nächsten fünf Jahren? Der Exodus droht insbesondere dann, wenn in der Schweiz weiterhin Rechtsunsicherheit besteht und aus Parteiinteressen in der Schweiz kein Kompromiss gefunden wird, wenn die Unternehmungssteuerreform weiter ausgezögert wird. Und wenn sie kommt, bin ich optimistisch, dass die Unternehmen in der Schweiz bleiben und neue hierher kommen. Wie viel wird es Schweizer Unternehmen und den Schweizer Staat kosten und mit wie viel Steuermindereinnahmen ist damit zu rechnen? Die Quantifizierung ist für alle Kantone schwierig. Jeder Kanton macht seine eigenen Berechnungen. Und man muss mit sehr vielen verschiedenen Szenarien rechnen, weil alle Kantone im Ungewissen sind, ob gewisse Unternehmen die Schweiz verlassen, nur weil sie ein wenig mehr Steuern müssen zahlen. Und weil man natürlich auch noch nicht weiss, welche Unternehmen werden sich entscheiden, neu in die Schweiz zu kommen, weil wir durch die Massnahmen, die wir jetzt treffen, im europäischen Vergleich attraktiver werden, weil andere Länder gewisse Sachen, die sie gemacht haben, auch nicht mehr machen können. Was bedeutet denn für Sie unfairer Wettbewerb, der durch die Steuerreform abgeschafft werden soll? Fairness ist ein wahnsinnig subjektiver Begriff. Für den Steuerpflichtigen heisst Fairness immer etwas anderes, als es für die Steuerbehörden heisst. Für den Politikern heisst es etwas anderes, als für den Wissenschaftlern. Darum glaube ich, ist entscheidend, dass das, was jetzt passiert, um ein Wort zu brauchen, ein Level-Playing-Field geschaffen wird, wo die Schweiz mit den gesunden Staatsfinanzen, wo sie über die Krise liehen konnte, waren, auch in Zukunft gut gewappnet ist, um im Steuerwettbewerb unter den Bedingungen, die neu geschaffen werden, zu bestaun oder sogar noch stärker dastehen, im internationalen Steuerwettbewerb. Vielen Dank.